Länger warten. Ich geb Ihnen wohl besser, was Sie wollen, und zwar schnell. Das seh ich auch so, sonst wirft Mr. Krabs uns beide raus. Andererseits, lass Sie lieber warten. Zwölf Sekunden später. Ich bin nun richtig alt. Hey, es war deine Idee, hier essen zu gehen. Mein nächster Song trägt den Titel Streifenpullover. Den grün-grauen Streifenpullover lieb ich an dir. Sein Rollkragen ist so elegant und so charmant.